Einsamkeit. Was ist das eigentlich? Wenn ich im Wald stehe und mich völlig einsam fühle, dann ist da aber immer noch irgendwas. Ein Vogel, ein Eichhörnchen oder ein Schmetterling, der rumfliegt. Und zu Hause, wenn ich alleine in meinem Bett liege, dann ist da auch noch irgendwas. Trotzdem macht es mich einfach krank. Ich will nicht alleine sein für den Rest meiner Tage. Einsamkeit ist einfach sowas undefinierbares, was einen einfach nur quält. Tag in der Nacht, schleichende, elendige Einsamkeit, schmerzende Einsamkeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020